Hey Leute, Jörg Stöber hier und auf diesem Kanal habe ich vor genau einem Jahr ein Video hochgeladen, in dem ich erklärt habe, dass ich in fünf Jahren in Rente gehen will. Und in diesem Video habe ich auch erklärt, was ich unter Rente verstehe und meine Rechnung dargelegt, wie ich das erreichen will und in weiteren Folge-Videos das auch noch vertieft und so weiter und so fort. Und das geht natürlich auch Hand in Hand mit dem Nebeneinkommens-Video, das ich ebenfalls auf diesem Kanal habe. Und ja, jetzt ist ein Jahr vergangen seit meiner Ankündigung und wollen wir mal rekapitulieren, wie das Jahr nun so gelaufen ist und natürlich auch Futter für all diejenigen geben, die sowieso an mir zweifeln. Und mal schauen, wo ich stehe. Viel Spaß mit diesem Video. Okay, also legen wir los. Zunächst einmal schildere ich die Situation, in der ich damals war, als ich dieses Video gemacht habe. Ich hatte zunächst einmal mehrere Einkommen. Das heißt, ich hatte einmal Einkommen aus Software-Projekten, die wir für Kunden gemacht haben, also Auftragsprogrammierungen für Kunden. Und ich hatte Einkommen aus Stockfoto-Verkäufen. Also ich biete ja Online-Bilder an und verkaufe diese. Und das waren halt mehrere stabile Einkommensquellen. Und dann hatte ich noch ein paar andere Projekte, die mehr oder weniger erfolgreich waren. So, und aus den Gewinnen heraus, die ich daraus gemacht habe, habe ich dann eben in den Aktienmarkt investiert und habe mir ein Portfolio aufgebaut und habe dann Anfang 2016 das Ganze auf eine ETF-Strategie umgestellt. Irgendwann im selben Zeitraum haben mein Geschäftspartner aus meiner ersten Firma und ich entschieden, dass wir das Projektgeschäft komplett aufgeben und eben keine Auftragsarbeiten mehr für Kunden durchführen und uns eben zu 100% auf unser eigenes Produkt Shift-Juggler konzentrieren. Das war eine gravierende Entscheidung, denn damit ging natürlich einher, dass unsere Einnahmen sanken und damit eben auch unser Einkommen. Und der Plan war eben, dass wir uns, wenn wir uns zu 100% auf Shift-Juggler konzentrieren, dass dann eben das Produkt viel schneller vorankommt. Und wer Shift-Juggler noch nicht kennt, ist eine Online-Anwendung für Dienstplanung, Zeiterfassung und Urlaubsmanagement. Und ja, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und zu guter Letzt kam ja auch noch der YouTube-Kanal hinzu. Den ich ja 2016 auch immer weiter ausgebaut habe. Und der war ja zu dem Zeitpunkt auch schon in einer lustigen Gemengelage zwischen finanziellen Freiheitsthemen, Lebeneinkommen und so weiter und den Fotothemen auf der anderen Seite und mittendrin irgendwo noch die Reisevideos. Und das Ganze hat sich ja immer weiterentwickelt. Das kennt ihr ja, das ganze Thema. Und den YouTube-Kanal hatte ich ja eigentlich gestartet, um mich in das Thema Videoproduktion einzuarbeiten, um das zu sehen, wie es geht. Mein Wissen zu teilen, aber natürlich auch, um mir ein weiteres Standbein aufzubauen. Ja, also meine Motivation war schon damit, irgendwie irgendwann mal Geld zu verdienen. Das ist schon klar. Also das war die Situation. Ich hatte mehrere Einkommen. Ich hatte ein Aktienportfolio, das wächst. Und ich hatte einen YouTube-Kanal, der wuchs. Und ja, es sah eigentlich alles ganz gut aus. Und das Ganze lief auch gut bis zum Herbst. Und seit dem Herbst letzten Jahres kippt es. Also das Ganze ging los mit einer Steuernachzahlung für Gewinne aus einem meiner Einzelunternehmungen aus dem Jahr 2015. Also die Steuererklärung war fällig für Jahr 2015. 2016 war ein Verlust, da war man noch keine Steuererklärung gemacht. Also muss erst mal da die Gewinne versteuert werden. Alles kein Thema, kein Problem. Und es sollte in genau dieser Firma auch ein Verkauf noch anstehen. Also es war wieder mal ein Vertragsabschluss in Aussicht. Und also sah ein GRS ganz gut aus. Ja, und dann ging es richtig los. Und das war ziemlich zeitgleich, dass dann auf einmal in zwei Firmen, also der einen Firma, die ich eben erwähnt hatte und meine Hauptfirma, sich auf einmal Vertragspartner entschieden, ihren Vertragsverpflichtungen nicht mehr nachzukommen. Und ich bin jetzt hier sehr vorsichtig, was ich sage, weil da nämlich jetzt Gerichtsverfahren laufen. Und diese Beträge sind nicht unerheblich. Wir reden davon Beträgen im mittleren fünfstelligen Bereich. Und die sollten mein Geschäftspartner und mich finanzieren, bis Shift-Juggler richtig läuft und uns eben dann finanzieren kann. Und ja, diese Beträge hängen nun erst mal fest, bis die ganzen Sachen geklärt sind und eben notfalls auch gerichtlich. Und das Ganze läuft jetzt schon seit über einem halben Jahr und ist sehr frustrierend, nervenaufreibend und demotivierend. Und hinzu kommt noch als i-Tüpfelchen, dass über das gesamte Jahr hingesehen, meine Stockfoto-Verkäufe, die Einnahmen dort um 20 Prozent zurückgegangen sind. Und ich war auch nicht verwundert, dass das Ganze zurückging, denn ich hatte kaum was gemacht für das Portfolio in dieser Zeit. Ich habe das kaum noch weiterentwickelt. Ich habe kaum noch Shootings gemacht. Und der Rückgang war von daher nur natürlich. Aber es lag auch noch natürlich an Veränderungen in der Agenturlandschaft. Da hat sich auch einiges getan. So, und so ist die Situation jetzt. Also Shift-Juggler läuft gut. Wir haben ein stabiles Kundenwachstum. Wir haben große Verbesserungen in der Anwendung gemacht. Und Kundenzufriedenheit steigt. Und da läuft es gut. Und Shift-Juggler ist auch mittlerweile so weit, dass es langsam anfangen kann, unser Anfangsinvestment wieder zurückzuzahlen. Das mein Partner und ich gemacht haben. Und ja, wir sind da also auf einem guten Weg und sind da positiv gestimmt. Und bei diesen anderen beiden Problemen, die ich vorhin geschildert habe, da laufen jetzt die Gerichtsverfahren an. Und das ist auch sehr frustrierend. Denn es ist für mich persönlich total ungewiss, wie das Ganze nun ausgeht. Und selbst wenn mir jemand sagt, du bist zu 100% im Recht, dann vielleicht sagt das deren Anwalt ja auch. Ich weiß halt nicht, wie es ausgeht. Und ich weiß vor allem nicht, wann etwas entschieden wurde. Ich weiß nicht, wann ich mit dem Geld rechnen kann, das dort festhängt und das mir zusteht. Und deswegen ist das extrem nervenaufreibend. Und ich möchte niemandem wünschen, so etwas durchmachen zu müssen. Meinen YouTube-Kanal, wisst ihr, habe ich auch groß verändert. Ich habe den aufgesplittet in drei Kanäle. Und der neue Kanal läuft nicht so richtig an. Und ich habe aber trotzdem noch die Hoffnung, dass meine Veränderungen und meine Sichtweise, was jetzt falsch lief bisher beim YouTube-Kanal, dass das noch Früchte tragen wird. Und deswegen mache ich hier erst mal einfach so weiter, wie geplant. Meine Stockfotoproduktion habe ich massiv ausgeweitet. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon mehr produziert als letztes Jahr, gesamt. Mal checken, weiß ich nicht genau, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall fühlt es sich sehr gut an, wieder mehr Bilder zu produzieren und damit eben den Einkommensrückgang zu bekämpfen. Meine Strategie bei Aktien sieht eigentlich ganz gut aus. Mein Portfolio sieht eigentlich ganz gut aus. Ich war Anfang des Jahres mal bei 17% plus. Aber wie ihr ja vielleicht wisst, befindet sich der DAX gerade in einer Korrektur und ist vom Hoch in ungefähr 12% zurückgekommen. Und mein Portfolio ist aktuell bei ungefähr 8% im Plus. Also wie gesagt, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde am liebsten noch mehr rein investieren in diese Korrektur. Aber dafür ist jetzt momentan kein Geld da. Aber das Portfolio sieht stabil aus und wurde auch weiterhin nicht angetastet. Die Strategie, die bleibt. Wie sieht jetzt also die Zukunft aus? Also, ich werde meine ganzen Kenntnisse, die ich jetzt hier über YouTube gewonnen habe und wie man eben Tutorials produziert, auf Shiftjuggler anwenden. Und ich werde dort massiv Tutorials bauen, um unsere User noch leichter in die App reinzuführen, schneller in die App reinzuführen, dass man sich schneller zurechtfindet und dass wir eben unsere anderen Konzepte, Bedienungsanleitungen und so weiter, noch massiv mit Tutorials erweitern. Hier kommt natürlich zugute, dass ich mich das ganze Jahr über mit Videoproduktionen auseinandergesetzt habe. Und damit geht das jetzt relativ schnell, die ganzen Tutorials zu produzieren. Und das macht gerade ziemlich viel Spaß. Daneben muss ich natürlich auch noch die App an sich weiterentwickeln, Shiftjuggler. Ich arbeite mich da gerade mit neuen Technologien ein, um dann eben die Nutzererfahrung noch besser zu machen. Und ich setze auch sehr stark nachgefragte Features um. Also da geht es auch voran. Ja, bei YouTube muss ich mal schauen, wie sich die Änderungen auswirken, ob das Ganze hier fruchtet oder so. Die Neuausrichtung des Kanals und der andere Kanal. Und da bin ich auch mal gespannt. Und schauen wir mal. Das Stockportfolio, wie gesagt, bin ich gerade dabei massiv zu erweitern und auszubauen. Und ja, mal gucken, was so mein nächstes Ziel ist. Ich bin ungefähr bei 7400 Bildern. Vielleicht schaffe ich ja 8000, 9000 Bilder dieses Jahr. Irgendwann mal, also die 10.000er Marke sollte irgendwann schon mal fallen. Aber ich bin mal gespannt, ob ich das noch dieses Jahr oder schon erst nächstes Jahr schaffe. Aber das ist auch noch mal so eine Marke, die ich noch knacken möchte. Ja, und diese Tutorial-Produktion bei Shiftjuggler, die haben mich noch weiter den Wunsch bestärkt, vielleicht mal einen eigenen Lehrgang zu machen. Denn das Konzept, irgendwie ein Thema mal anzugehen und dann in einzelnen Teile zu schneiden und daraus einen Lehrgang zu machen, das macht mir echt Spaß. Aber mal gucken, was sich da noch entwickeln lässt. Ich habe ein paar Ideen, die ich jetzt schon angegangen habe. Aber mal schauen. Das war also mein erstes Jahr auf dem Weg zur finanziellen Freiheit von meinem 5-Jahres-Plan. Und wie ihr sehen könnt, war das Ganze natürlich sehr holprig und sehr demotivierend und frustrierend für mich. Und ich arbeite mich aus diesem Tiefgrade hinaus, denn das Ganze war auch relativ lehrreich und ich habe dadurch ja auch einige Änderungen angestoßen. Und es hat mich noch mehr in dem Bestreben gestärkt, ein Nebeneinkommen aufzubauen, um noch mehr Standbeine zu haben, um noch sicherer zu stehen. Und ja, das gehe ich jetzt an. Von daher, das Ziel ist weiterhin im Visier. Ich bleibe dabei, ich will in vier Jahren finanziell unabhängig sein. Und wenn ihr mich weiterhin auf diesem Weg begleiten wollt, dann gebt mir noch einen Daumen hoch da und aktiviert diese kleine Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist anscheinend sehr wichtig geworden, dass man diese Glocke auch noch aktiviert, damit man tatsächlich benachrichtigt wird, dass es ein neues Video gibt. Ja, und wenn ihr neu hier seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bye! 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 Vielen Dank.